Das erste Spiel ist vorbei. Robes Hamburg gewinnt souverän 3 zu 0 gegen Alemannia Aachen. Aber das war es natürlich noch nicht. Wir haben gleich ein Wiedersehen mit Sosa und Co. Und zwar gegen den heimischen Schweriner SC. Und das ist nicht nur insofern ein besonderes Match, da Schwerin jetzt nach den zwei Siegen gestern gegen Münster und Aachen hier jetzt den Turniersieg klar machen kann und damit zum Finale nach Suhl einzieht. Nein, es ist auch das erste Spiel des Schweriner SCs in der Liga, dann aber in Hamburg. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Generalprobe heute verläuft und wie es dann läuft in der Liga. Und das heißt Arubes Hamburg gegen den Schweriner SC. Und jetzt kommen wir zum zweiten Spiel am heutigen Tag. Es spielt erneut Arubes Hamburg und der Gegner jetzt der heimische Schweriner SC. Und hier sehen wir nochmal die Vorstellung der einzelnen Spielerinnen. Sosa haben wir da gesehen, Legacé, Michalski, Costa, Caldara. Kopsenfu dazu. Die fünf, Jolanda Kellner. Die sieben, Paulina, Kumulka. Die nicht Einsatzzeiten im ersten Spiel. Carmen, Koka. Wie man immer startet bei der Angabe. Alan Herrmann, hochmotiviert. Imke Wittekind. Therese Katerin-Magnet. Und Saskia Rathwein. Die letzte im Wunder. Der VT Aurobes Hamburg. Und die die Liga von VT Aurobes Hamburg. Trainer von Jelena Stelens. Jelena Pierre Stelens, der Trainer. Von Aurobes Hamburg. Und Sebastian Burrard, der Co-Trainer. Herzlich Willkommen. Und jetzt verdunkelt sich die Halle. Der heimische Spariner SC kommt. Die Rommel haben eingesetzt. Die Zuschauer haben sich erobern. Die Rommel haben sich erobern. Und der Aufstieg. Die Rommel haben eingesetzt. Die Rommel haben ihn ausverteilen. Die Rommel haben eine große Kriste. Die Rommel haben sie nicht aufgören. Und das ist betreut. Die Rommel haben die Rommel haben siecco. Sie haben sie mit den Romania. Und die Rommel haben sie mit der Rommel haben. die erste Spielerin. Dann die Nummer 6, Julia Rettler. Mit von der Partie. Die vier, Mira Tropic. Mit der Nummer 7, Patricia Thurman. Patricia Thurman mit der 7. Mit der Nummer 8, Gabriel Kaufeld. Gabriel Kaufeld. Mit der Mittelnung. Für das Zuspieler zuständig, Marie Frick. Mit der Nummer 9. Mit der Hälfte. Sandra Gucer. Sandra Gucer aus dem Mittelblock. Mit der 12, Hanna Brand. Ebenfalls Mittelblock. Sieh Nummer 12 an der Brand. Mit der 13, Charlie Gucer. Und der Libro auf Schwerinerseite, Janine Völker. Und der Trainer Tore Alexandersson. Und der aus Renewerk. Und damit sind die Mannschaften vorgestellt und wir können anfangen mit dem ersten Lach natürlich nicht unter den Schiedsrichtern für dieses Spiel vorzustellen. So viel Ordnung muss natürlich sein. So viel Ordnung muss natürlich sein. So viel Ordnung muss natürlich sein. Hier sehen wir das auf der Hamburger Seite. Die Hamburger, die schon fertig sind. Tore Alexandersson noch. Klare Anweisungen zu geben. Die Hamburger berufen sich da sicher auf das erste Spiel gegen Alemannia Aachen, was ja souverän mit 3 zu 0 gewonnen wurde. Dann wird jetzt noch einmal das Netz gerichtet. Es muss alles seine Ordnung haben. Und dann können die Mannschaften das Spielfeld betreten. Alles ist eingerichtet. Die Stimmung hat auch schon ausgehalten hier. Die Halle steht und klatscht. Und die Angabe für Aurobes Hamburg. Und wir beginnen wieder mit Carmen Poker. Wie er jetzt hier den Spiel mal bekommt. Und damit geht's los. Und der erste Punkt ist für den Schwerin SC. Durch Wendel und Alanova. Und die erste Angabe von Schwerin. Marie Frick übernimmt diese Aufgabe. Ausloser damit Probleme. Hermann kann den Ball nur noch rüberbringen. Und Alanova in den Block. Und von daher ist es aus 2 zu 0 für Schwerin SC. Auch wenn die Halle hier nicht voll gefüllt ist. Tolle Stimmung hier in der Arena. Und der crossgeschlagene Ball durch den Block. Von Hermann zum 2 zu 1. Und der crossgeschlagene Ball durch den Block. Von Hermann zum 2 zu 1. Eine Sprungaufgabe wieder. Sehr gefährlich im ersten Spiel. Jetzt Schwerin mit der kurzen Variante. Anja Brand. 3 zu 1. Vendel und Adler noch bei. Mit der Angabe. So ist auch wieder Schwierigkeiten. Kann ja jetzt aber den cross schlagen. Bei der Gegenangriff von Schwerin kein Problem. Für die Abwehr. In den Block geschlagen und dann nichts mehr zu holen. 3 zu 2. Michalski bei der Angabe jetzt. Boah, da fällt der Ball noch rüber, wieder und das war rübergefasst von der Schweriner Spielerin. Damit geht der Punkt nach Hamburg. 3 zu 3. Und die Nummer 3, Michalski mit der Angabe. Und der Schwerinerblock kriegt den Ball nur über die Fingerkuppeln. Und damit erneut der Punkt für Hamburg. 4 zu 3. Durchgeschlagen, der Ausgleich von Schwerin. Anja Brandt jetzt mit der Angabe. Damit nicht geschlagen sind die Hamburgerinnen nicht einig und Schwerin hat die Möglichkeit hier nochmal zu punkten. Das gelingt. Patricia Tormann. 5 zu 4 für Schwerin. Danja Brandt erneut bei der Angabe. Und Sosa schlägt da den Block an. Die Patricia Tormann. 5 zu 5. Und der Schwerin. Ohne Aufschlag. Magnet. Ohne Aufschlag. Ah, da bleiben sie im Block hängen. Haben wir die Chance nochmal zu untersuchen? Tormann. Kein Erfolg mit dem Heber. Frost geschlagen, dieser Ball von Magnet. 6 zu 5 für Hamburg. Das war schön gespielt und Hormann mit dem Crosschlag zum 6 zu 6. Die Halle ist da, wird von den Spielerinnen auch mal zum Klatschen animiert. Da haben sie mit dem Crosschlag gerechnet, ist aber nichts mehr zu holen gegen Costa Caldera. 7 zu 6 für Hamburg. Und der Block von Hamburg steht, aber den hat sie schön rüber gedrückt, die Marie Freck zum 7 zu 7. Sandra, gut schön mit der Angabe. Und Costa Caldera schlägt da Vendula Adler noch an. Und es gibt die erste technische Zeit in diesem Spiel beim Stand von 8 zu 7 für Euro bis Hamburg. Dann schauen wir auch noch mal, ob der Hamburger Trainer scheint nicht zufrieden. Scheint zu sagen, das muss doch klar sein, Mädchen, da müsst ihr anders stehen. Auch die Schwerinnen haben mit ihrer Ansprache soweit und sie ziehen das Publikum noch einmal mit hier. Die Halle klatschen mit. Damit gehen wir in den zweiten Teil des ersten Satzes. Dieses Spiel, was ja nicht so unwichtig ist, weil wie wichtig man in den Liga-Programm nimmt, das ist natürlich auch die Generalprobe für das Ligaspiel am 24. in der Elften und er war zu weit. Die Halle klatschen mit. Die Halle klatschen mit.